Ja, es ist genau diese Stelle von der Demo. Ach du Scheisse. Aloha und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ich spüre Feinde in der Nähe, sei auf der Hut. Ah ja. Ja, ja, Augen auf, schon kapiert. Ja, jetzt machen wir genau hier weiter. Oh nee, das hat mir echt eine Steepbrücke. Moment mal, was ist das? Noch keine Spur von Walchenbäumen. Das heißt, wir müssen bis zur Burgstadt gehen, stimmt's? Wenn Prav dich nicht findet, bevor du dort ankommst, ja. Oh. Ich bekämpfe keine Tantas mehr. Aber kommen wir dann wieder hier nach? Oh, seh dir mal die Möchtegern Robin Hoods an. Oh, bitte. Das sind Pravs Schergen. Und anscheinend wollen sie uns nicht vorbeilassen. Ich glaube, wir lassen das mal, ne? Dann müssen wir sie wohl ganz lief drum bitten. Wir gehen... Der Haus soll da jetzt kurz mal. Wir gehen hier weiter. Oh ja, das ist die Brücke, ne? Hopp! Kannst du nicht achten? Jo, was kannst du nicht achten? Tut mir leid, okay? Nein! Nein, nein, nein! Was machst du? Was machst du, Frey? Alter, was sind wir? Was ist das? Wir lassen so, als würde es mich zu sich rufen. Wir sind im Moment. Was machen wir? Wir fahren mit uns. W Nee. Wir fahren los. Wir fahren mit uns im Barsch. Wir fahren mit uns. Aufstieg Kleder mit mir schnell aufeinander, springe nachher ziehe auf die Mauer und drücke im Sprungkreis Ok, jetzt müssen wir wieder schauen wie wir hochkommen Scheiße, komm mir ist dort hoch Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Okay, mach das für die Link Okay, das ist geil Okay Da hast du sie Ich weiß nicht was da gleich kommt Alter Es kommt gleich so zum Drecks Bossfight Wenn es wirklich die Brücke ist von der Demos Okay Okay Da sind wir nicht Dann schnitze Dann schnitze Dann schnitze Ja Das sieht gut aus Gut. Lüte. Da. Lüte. 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 und das mit doch Hilfe, ich will nicht und dann in der Luft das ist so mies, Alter, komm hier boah, nice ja, es ist genau die Stelle von der Demo ach du Scheiße oh Junge, lass mich raten das Ding ist extra übel ich fürchte ja behalte mich mal sehr vage im Blick ja, hab kein gutes Gefühl bei der Sache was ist denn das macht, Moment mal ja, warte ich brauche jetzt mit zwei Dinge ich habe Rockshuttle komm her hier, wie ist das? das Ding plant wohl seinen nächsten Schritt es hält sich selbst nix da Leute mach das dein Leben ein bisschen mach ich bloß ein leichter nicht nur ein bisschen okay okay let's go, bei den Kindern okay, dass ich jetzt auszugeben neue Magierungen da haben oh, also nice jo, jetzt kommen wir ja jeden kack hoch jeden scheiß hoch okay, das ist geil ja 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 du alle hat er ehrlich zu atmen sonst dann wirst du nie einen Treff nicht hilfreich nee, das funzt weg reif schon gut okay du klein wir müssen uns in Sicherheit bringen schnell ja 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 du ja 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 du ja Ah, ich sehe die Blüteck. Ahi, ahi. Das ist so gut. Ich hab die Ausführung nicht. Perfekt. Perfekt Leute. Schwer. Ach du Scheisse. Nein, nein, nein. Das ist ja schwer sein. Was? Okay. Meifel, was haben wir hier? Halt die Münze, ne? Hm, okay. Oh, jetzt steht man hier runter, irgendwie, ne? Okay. Okay, Leute. Karte, Karte. Monument der Stärke hier. Machen das. Dann gehen wir hier hin. Dann machen wir uns hier auf dem Weg. Let's do this. Oh Scheisse, oh Scheisse, oh Scheisse. Scheisse, Scheisse, ich habe überlebt das. Was ist das? Nice. Okay, solche Wände kommen wir nicht hoch, ne? Ich frage, wie kommen wir es wieder hoch? Scheisse. 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 Das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Ah, Scheisse, ne? Ab durch die Linse. Scheisse. So. Noch eins, ja. Das muss reichen. Okay, und jetzt? Wie komme ich? So, da sind die drei hier auf dem Weg. Führ jetzt dorthin. Hey, hey, sorry. Keine Scheisse, ne? Aber jetzt sind die Glück, ja, ne? Und jetzt gehen wir noch dorthin, wo der Umhang ist. Ja, genau. Ihr seid jetzt hier auf dem Verarschen. Moin. Ihr seid auch hier. Hm. Okay, let's go. Kommt her. Das hilft nicht viel. Oh, tierấy. Ja. Tsjirach. Westphanter. footsteps. Das ist das, was der Anneldene Waden. Oh, Veronica. Da war dasperin. Oh, okay, das hat was. Gut. Ja, ich probier's nicht mehr. Alter. Diese Drecksvögel, ne? Junge. Ich kann dich nicht vor jedem Treffer bewahren. Ach, und wieso nicht? Diese scheiss Vögel ist jetzt mal ähnlich, ey. Kackt mich nicht ab. Kack, knack. Wie geht er, dann? Okay, das ist ja auch weiter. Komm, komm, komm. Ah, okay. Ja, ganz auf Perfekt, den ist voll, jetzt kommt er Und jetzt noch ein Heap Perfekt und Das sollte helfen Komm her, Alter Du Dreckhund hier oben Jetzt halt ehrlich Komm runter Ja, geht doch Nies Ja Mir tut alles weh Ja, das glaube ich Eieieiei Dieises Drecksvögel Was haben Wow Ein Umgang da an der Prof Gucken wir mal an, ne? Ja, ist stärker, als den, den wir haben. Oh, oh, sieht gar nicht so scheiße aus, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, ihr speichert genau und dann machen wir genau an die Stelle in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann hoch, lasst ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.